Herzlich Willkommen am Bristol Motor Speedway zum zweiten Rennen der Saison. Kleiner Blick über die Reinstrecke und wir kommen jetzt zu den Fahrern, auf die wir besonders achten müssen. Als erstes haben wir Chase Elliott, der fährt in einen neuen Chevrolet, erstes Rennen auch und er war gleich der schnellste im Training. Dann kommen wir zu eins, zu Jamie McMurray, der war so ein bisschen der überraschende Mann, stärkste Quali-Zeit. Der ist für mich so ein kleiner Geheimfavorit, mal schauen, vielleicht kann er überraschen. Vielleicht kann auch der Mann hier überraschen, nämlich Dailin, er ist auch neu mit dabei. Und wer weiß, er ist zwar nicht einer der Top-Favoriten, aber man kann ja nie wissen. Während die Fahrer die Aufwärmrunde beginnen, kommen wir zur Startaufstellung in Reihe 1 Eric Amoroli und Chase Elliott. Reihe 2 Kevin Havik und Jamie McMurray Reihe 3 dann Kurt Busch neben Kyle Busch Dann haben wir William Byron und Jimmy Johnson In der nächsten Reihe dann Clint Boyer und Dye Dillon Und zu guter Letzt Trevor Bayne und David Jillian Jetzt geht es aber los, Green Flag in the Air Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.